Hallo, ich bin Julia von dekadentdecaf.com, der führenden Marke für koffeinfreien Kaffee in Großbritannien. Heute stellen wir uns die Frage. Wie wirkt sich Koffein auf Schlafmuster und Schlafqualität aus? Die Rolle von Koffein bei Schlafstörungen ist bekannt, aber auch sehr unterschiedlich. Tatsächlich können manche Menschen nach dem Abendessen einen doppelten Espresso trinken und eine halbe Stunde später sofort einschlafen, wieder andere müssen unglaublich vorsichtig mit dem Koffeinkonsum sein. Z. B. Beim Kaffeetrinken am Nachmittag oder Abend, oder sie sind stundenlang wach und versuchen zu schlafen. Eine Sache, auf die wir uns alle einigen können, ist, dass Koffein bei der Behandlung des Symptoms der Schläfrigkeit durchweg großartig ist, aber es kann tatsächlich zu langfristiger Müdigkeit und Schläfrigkeit führen, indem es den Schlafrhythmus stört. Aber wie stark ist die Wirkung von Koffein auf das Schlafverhalten? Schweizer Wissenschaftler haben dazu einige Untersuchungen durchgeführt und vermuten, dass 200 mg Koffein, das morgens konsumiert wird, immer noch die Gehirnwellenaktivität am Abend beeinflussen können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Wirkung stark genug war, um den Schlaf signifikant zu beeinflussen, sondern vielmehr, dass bei einer empfindlicher auf Koffein reagierenden Person ein Potenzial für Schlafstörungen besteht, selbst wenn Koffein viel früher am Tag konsumiert wird. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Faktor, was ist Ihr Chronotyp? Was ein Chronotyp ist, lässt sich am besten mit einer Frage beschreiben. Bist du eine Eule oder eine Lerche? Ihre Genetik zeigt an, wie Ihre innere Uhr eher dazu neigt, früh wach zu sein, symbolisiert durch die Lerche oder dazu neigt, später aufzubleiben, symbolisiert durch die Eule. Wenn Sie also eine Lerche oder ein Morgenmensch sind, wird Ihre innere Uhr synchronisiert, um früher am Tag mehr Energie zu haben, und das Koffein kann Ihre Schlafmuster stören. Umgekehrt spüren Eulen oder Nachtmenschen die Auswirkungen von Koffein, das früher am Tag konsumiert wird, nicht. Wie wirkt sich Koffein auf die Schlafqualität aus? Koffein kann auch unsere Schlafqualität beeinträchtigen. Bisher deutet die Forschung darauf hin, dass Koffein keinen Einfluss auf den REM-Schlaf hat, aber den Schlaf der Stufen 3 und 4 verringert, der 20% unseres täglichen Schlafs ausmacht und zu unseren erholsamsten Schlafphasen gehört. Daher ist es sinnvoll, sich der möglichen Auswirkungen von Koffein auf die Schlafqualität bewusst zu sein. Zwei Möglichkeiten, Ihren Koffeinkonsum zu kontrollieren, sind entweder das Mischen von entkoffeiniertem Kaffee mit normalem Kaffee, wie Z. B. Einer 50 bis 50 halben Kaffeemischung, um Ihre Koffeinaufnahme zu reduzieren, oder mehr entkoffeinierten Kaffee zu konsumieren, besonders nach Mittag, um die Auswirkungen von Koffein auf die Schlafqualität zu mildern. Hier bei dekadentdecaf.com empfehlen wir den Swiss Water Process zur Entkoffeinierung, der Wasser ohne Chemikalien zur Entkoffeinierung der Kaffeebohnen verwendet und zu 99,9% Koffein frei ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.dekadentdecaf.com oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für weitere Videos zu den Themen entkoffeinierter Kaffee, Koffein und Kaffee.